Der König und die Königin Die Königin erschreckt sich und rennt weg. Dabei fliegt die Popcorn-Tüte runter und das Popcorn fliegt auf den Boden. Der König greift nach der Tüte und die Biene dreht sich um und aus ihrer Popo kommt der Stachel. Damit sticht sie den König. Der König schreit und fällt vorm Stuhl. Die Biene schnappt sich ein Popcorn und fliegt nach Hause. Der König schließt das Fenster und sie gucken gemeinsam ihren Lieblingsfilm, Biene Maya. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017